Ich habe ihm fröhlich noch mit Nacht gesalbt, mit den Katzen geschmust und ich hoffe, ich habe den einen Kater jetzt hier auf dem Klo eingesperrt. Ich drücke einfach mal ganz kurz die Daumen. Danke, Mappa. So, Armerlage und einmal ausruhen. So, ich würde sagen, bis 21.30 Uhr spielen wir noch Tales. Hat ja ein bisschen gedauert, bis wir angefangen haben. Äh, hier noch irgendwas? Da haben wir noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, was das ist, aber okay. So, den Rest muss ich aber jetzt wirklich haben. Äh, toll, Arme und Tod, blöder Geist. So, hier kann ich mir ja nur die DSCs kaufen. Gut. Ähm, Arme rasten. Und vor dem Rasten bitte einmal kochen. Perfekt Dauer. Äh, ja, F-Boost. Wäre eigentlich ja gar nicht mal so verkehrt, ne? Mehr verdiente Kampfpunkte werden aber auch nicht schlecht. 16% mehr im Kampf. Warte mal. Kontaktbegegner schon Eikens. 4% mehr. Ja, gut, dann machen wir doch das Obst-Sandwich. Kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. Wer immer mit drin will. Oh, da hat's oben. Hey, du. Ja, gut, dann geht's. その代わり毎日勉強はすごくさせられた 変な話だよね そのせいで迫害されてきたのに 一族みんなずっとそうしてきたんだって どのくらい昔からそうしてたのかわからないけど 俺が覚えている限りでは 魔法使いのことはすでに300年前 それこそおとぎ話扱いだった レナジンが来る前から迫害されてたんだろ Ja, aber wenn ich denke, wie soll das denn? Ich habe sie mit Geist geist, und warum das Schlecht nicht so gemacht hat? Ich habe es aber nicht gemacht, aber ich kann es nicht so machen. Ich habe es nicht so gemacht, aber ich habe mich so gemacht. Ich habe mich so gemacht. Ich habe mich nicht. Ich brauche diese Eule. Ganz ehrlich, wir brauchen ein Eulen-Emote. Wir brauchen so ein Futel-Eulen-Emote. Das wäre es. Ich glaube, dann wäre ich glücklich. Kurzzeit. Zoom. Objekte. Einmal. Verkaufen. Na gut, warte mal, wenn ich alles verkaufen würde, hätte ich mir jetzt genug Geld, ne? Wir brauchen leider Geld. Kurzzeitig glücklich, ja. Warte mal. Ich muss jetzt einmal ganz kurz was gucken. Okay, ich merke mir das einmal. Oder? Ja gut, das Blaue ist schöner. Ich merke mir das einfach mal. Und ich gucke mal, wenn ich das verkaufe, ob es dann auch aus den Dingern raus ist. Oder ob wir es behalten. Oder ob wir es behalten. Nein. Weil wir es einmal getragen haben. Ich glaube aber, dass es jetzt weg wäre. Nee. Ich liebe das Leben. Ja. Also als Outfit wäre es tatsächlich noch da. Man muss die Sachen dann tatsächlich einmal besitzen. Wenn man sie einmal besessen hat, die Sachen, kann man sie dann wieder verkaufen. Oh, wir haben Geld. Wir haben Geld. Wir haben Geld. Nope. Okay. Oh ja, jetzt wird's war, lass uns laufen gehen. Ja, dann haben wir ja wieder kein Geld. Ja, haben wir alles noch. Ja, alles noch da, sehr gut. Ja gut, dann kann das jetzt etwas dauern. Ja gut, dann kann das jetzt auch wiederholen. Ja gut, dann kann das jetzt auch wiederholen. Neuschmieden. Gut, ich könnte es aber halt auch immer wieder neu schmieden. Neuschmieden. 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 Neuschmiedene. Neuschmieden. Neuschmieden. Ah, okay. Ich verstehe. Oh Gott. Was ein Geldschild, ja. Das stimmt. Okay, das Einzige, wofür man es dann hätte gebrauchen können, wäre es dann zum Ding sein. Aber, ganz ehrlich, nein. Wir haben erstmal was. Wir haben erstmal was. Ich könnte bei Alphen höchstens gleich nochmal kurz gucken. Was der braucht, um seine Waffel da zu verbessern. Okay, S3. Das haben wir nicht. Donnernagel. Okay, warte. Ei, mir ist alles doch wieder ausgerüstet. Höh. Gott. Was wüssten? So. Dann müssen wir einmal gleich was verkaufen. Nein. Was. 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 Ganz ehrlich, ich verkaufe hier einfach ein bisschen was hiervon. So. So. So, so verschmieden, so verfertigen. Unverwetterter Donnernagel. Gut, Eissteine haben wir nicht. Geladene Steinfragmenten haben wir auch nicht. Okay, da ist es also nicht so wild. Bei Zubehör? Bei Auffärten? Gar nichts. Hier könnten wir was herstellen. Da, 80% auf Durchdringung. Riffe. Durchdringung wäre ja gar nicht mehr so verkehrt. 15. 15. 15. Qualität. Nope. Nippe die Nö. Aber den Bauernhof führen wir einmal kurz. Nö, sie ist erwachsen worden. Okay. Okay. Okay, warte. Vieh aufziehen. Nö, steil sein. Äh, Schwein haben wir ja gerade ganz viel verkauft, ne? Warum nehmen wir einmal Wunderschwein? Wunderschwein. 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 Knissfutter und dann hier noch einmal scharf mit Messen im Futter. Äh, Namtaya. Ich hoffe, es geht dir etwas besser. Äh. Sie brauchen mich übrigens nicht zu siezen. Wir sind doch hier noch nicht beim Amt. Sag mal. Also wirklich. Ne, mir geht es ganz gut. Etwas müde, aber sonst ganz gut. Nein, die Viecher sind wieder da. Was haben die denn für eine Sportzeit? Na gut. Kommt du, Baba. Anfragabkling. Na gut, dann nicht. So, vielleicht machen wir jetzt einfach mehr Schaden. Nein, Rindville ist tot. Der Meiner, Rindville, wiederbeleben, bitte. Huch. Wo ist das denn? Da. Da. Hä? Ah, da. Äh. Schön. Stufe 32, perfekt. Äh, dann versucht man zweimal, drei Sterne Geisterfoto zu machen. Und die Sau jagt ihn einfach. Man fängt in den Dreck. Die Geister mögen dich halt, Iron. Die stehen halt auf dich. Dann spiel ich wieder auf einen Traum. So. Wir müssen jetzt unbedingt noch ein bisschen leveln, solange wie unser Futter noch hält. Aber wir laufen erstmal hier weiter. Bim, 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 bim. Dann ist irgendwas runtergefallen. Also, im Spiel. Untergefallen war nicht. Ich weiß nicht, machen wir mehr Schaden? Ich bin da gerade noch nicht so viel vor. Hey. Ich bin da gerade noch. Ach, da. Die Viecher habe ich wahrscheinlich eben gerade gesehen. Jetzt keine Eule? Hm. Na ja. Okay. Nein, ich habe verpasst. Egal. Egal. Die Baukuss macht? Nein! Haben wir die Verschrückung. Levelaufstieg? Ich zapfe einen Zahn. Brauchten wir den nicht für irgendwas zum Herstellen? Meinen mir war so. Eule? Pudel? Pudel! Jaja! Oh! Okay, ich muss erstmal kämpfen. Danach kann ich gucken, wie ich an das Viech rankomme. Wir haben zumindest Eule entdeckt. Ich habe das Gefühl, wir machen doch ein bisschen mehr Schaden. Ich habe das Gefühl, wir machen doch ein bisschen mehr Schaden. Wenn bereit ist, wird das ein bisschen mehr Schaden. Doch, ich muss wieder hinhalten. Das ist ein bisschen mehr Schaden. Das ist der Schweinchen! Ja! Ich habe mich nicht mehr als Leuk. Sie sind bei mir. Du bist schon geredet. Oh, ich bin noch so gewesen. Ja, ich bin noch nie gegründet in den Wechsel. Ich bin noch nicht gegründet. Ich habe mich noch gegründet. Ich bin noch so gewesen. Warum? Ich bin noch gegründet. Ja, ja, ich weiß. Ho, ho, ja. Ho! Ja, wie komme ich eigentlich ran? Kann mir das mal einer verraten? Oder warte mal. Äh, soweit ganz gut, Kaya. Soweit ganz gut. Warte mal schön nach, ich glaube, wie lange? Nach sieben Jahren, da mal wieder zu übernachten. Lola, kommt so. Nein, es gibt... Rechtsverband. No. Wie geil. Werde ich zwar nie benutzen, aber trotzdem geil. Ja, ich würde halt auch gerne wieder in Olin weiter, aber ich darf ja nicht. Ne, ich darf immer noch nicht. Aber ich möchte doch nur. Da muss ich die Oren machen. Ne, ich darf ja auch gerne den einen Nehmavtruck erledigen. Weil ich zwar glaube, dass wir den immer noch nicht erfüllen können. Denn ich weiß, ob das bei 25, 35 oder 25 war das Level. Schock. Schocker. Er ist tot. Alter. Das war eine knappe Heilung. Au, au, aua. Du musst nur wieder Dua nehmen. Ich bin nicht, dass er immer den Abschluss macht. Der ist 32. Pfeffer. Da kommen wir nicht rein. Okay. Oh. Ein Regenbogen. Oh, hier ist schön. Was ist das? 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 Was ist das?